Moin Freunde, was geht ab? Ja, der gute Clint ist gerade ein bisschen salty. Möchte heute nicht so viel reden, aber ist okay. Ich meine, so drei Siege hintereinander, die schmecken natürlich auch sehr, ne? Mach ruhig, fang, ist okay. Soll ich auch für dich zählen oder möchtest du es? Ne, ich habe ja schon angefangen. Achso, du bist schon bei Toulouse, aber ich habe vergessen, dass Toulouse, ob das drei oder vier war. Ja, dann war es drei. Ich sage, das ist jetzt drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, jetzt habe ich so viel Kackdumpen. Das war doch vier. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Norwegen? Also die absoluten Licks können. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Guck mal, das Spiel versuchst doch nicht jetzt wieder glücklich zu stimmen mit so einer Scheiße. Tromsö. Das versuchen die doch mal. Die versuchen doch gerade, Frank ist überzeugt. Ja, ja, zollt die Frank, den wir auch wieder aufmachen. Und ganz ehrlich, das seh ich nicht ein. Das Spiel ist trotzdem auf Minus-Bilanz. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich sag mal so, ich nehme die Challenge hier an. Das zieht du hier. FIFA will mich prüfen, das ist okay. Und ich versuche jetzt hier mal, ne? Tromsö hat gesagt, die greifen jetzt mal an. Ja, genau, nur war 91, hatte ich weiß. Okay. Das wird zweistellig. Ich habe auf Kreis gedrückt. Als Faul. Ja, von hinten. Da gibt es ja gleich noch eine Gelbe für Magna. Magna? Magna. 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 Ja, ne. Oh, Alter. Wollt es sich aus dem Stadion hochschießen? Ja, ich habe gesagt, das ist ein Fanboy von Neighbor. Achso. Verdeck. Ja. Also, ich würde ja gerne... Truck mal was anderes. Oder was. Passen geht. Warum geht mein Viag? Das mache ich gerade ein bisschen... Marvin. ich hätte das jetzt noch eine halbzeit durchziehen können ja das stimmt aber du machst ja auch noch eben oder da mache ich kein auge so jetzt haben wir auch wieder genug jemanden kopiert nur um die videotext einsammeln zu können ja das kabel aber gibt nichts aber das war überhaupt bestrafung ich hab gar nichts gemacht der hat ein luftloch geschlagen ich bin ich ja gar nicht das problem ist machen ja das ist immer noch der hier ach ja der erste wird gelöst danke das müssen wir noch mal das müssen wir in die video beschreibung weiss ich weiß nicht bis dahin noch nicht gemacht haben ich bin hier in allen belangen bin ich schlechter und werde vorgeführt den spieler ich habe vor zwei stunden schon auf grätsch gedrückt in den drei spielen vorher ja genau da habe ich schon gewusst oh ich sollte gleich mal gericht gut das ist natürlich absolut belastend so habe ich mich auch gefühlt nur du hattest glatio ja das ist aber auch das ist aber kann ich wieder einen aus der mitte haben danke jetzt mache ich ihn jawohl aber ich habe auch keinen der vierkette kriegt nicht ein sehr gut wer ist kavani keine ahnung die feiten weißt du die kommt die kommen beim kampf haben die gesagt die norweger du musst aufpassen also ich weiß ja nicht wen du da ein tor hast ja kavani ist einfach nur schlecht dass das kommt auch noch dazu aber das ist ja schon eine kleine waffe da hinten ja das ist ja das ist ja ich weiß auch nicht warum die deine wochen nur angeteckt werden oder nur schief angeguckt werden wieso macht er hatte jetzt weil er gesehen hat er hat den von den marken der gegenseitig anguckt und das ist ja ein freischusspiel ist der kann nur pure gewalt er geht auch nach tromsel abgefälscht das habe ich auch nicht gedruckt das so jetzt müssen wir eben aufpassen ach jetzt bringt er sie plötzlich hoch er ist variabel auch wieder lecker im gesicht gut ändert sich ja gleich wenn ich vielleicht den ausgleich wieder machst ja die bock drauf ich weiß ich will wieder zwei drei gewinnen ja okay für tromsel ist das ja genau das ist so schlecht das ist wirklich schlecht ja ja nein das ist wirklich schlecht der glatzkopf wieder kommt ihr das an der läuft rum wie falsch geht sie ist die maria der schießt den torhüter an den helllich auswechseln er schließt den perfekten ein was hat er 89 die maria ja ne 87 ne 87 nein boah was hat der denn für nen nacken splash gemacht hier was ist denn jetzt schon wieder man ab was ich bin faul will er mich eigentlich rollen ich hasse mich ich hasse mich die maria junge das ist wirklich schlecht das ist wirklich dass das kriegen sie auch seit jahren nicht geschissen wir sollen schnell ausgenöre ich muss erstmal nach hinten gehen da muss ich mal gucken und dann werden das kannst du da noch hinlaufen und nimmst ihn mit toll jetzt habe ich natürlich auch keine chance mehr ja ich weiß jetzt krieg ich ihn um krieg ich ihn um ach der ist so schlecht das ist wirklich also dieser rechte verteidiger halleluja der kann sich wirklich in der traurigkeits hall of fame kann er sich absolut gleich einrein da kann er ja keine kann er scheiße maria so neue regel wir spielen nicht mehr den rechten verteidiger an man ja jetzt kommen wir kein einziger pass mehr dahin wo er soll jetzt ist hier auch wirklich alles durcheinander was ist denn was ist denn mit dem jetzt nicht in ordnung was ist denn mit dem jetzt nicht in ordnung oh man jetzt weißt du was ist denn Daniel Alves denn oh man jetzt wo scheißegal ist da geht der Ball rein den wollte ich nochmal zum Schluss bringen oh alter Captain Arroganz oder die maria hat er 3 Tore wenn der das anguckt ne da wird er speit der hat eine 10 ne ok der hat doch schon 7 Schüsse aufs Tor gehabt und davon wurden 5 in der Hand ja halt die Haare die noch zu wehen die